Wurzschlag. Aufhängig ist es wahrscheinlich sehr effektiv. Oho. Aber das Rasierblatt wird uns wahrscheinlich töten. Beide von uns. Oh, das gar nicht mal. Okay. Wobei, das war dumm. Miko Zweck. Bis bald, Miu. Oho. Das Rude wird kleiner. Ah, das passt schon. Das passt schon. Ein Stolrak. Und ein Reptain. Oh, Akira. Oho. Willkommen, Abo. Willkommen. Hab ihr gesagt, was ich diesmal noch sagen werde? Ich freue mich sehr. Abo. Willkommen. Willkommen. Ein braves Fuchs. Mir geht es ganz gut. Yes. Ich habe gerade Tee getrunken. Das heißt, beim Hals geht es direkt besser. Abo. Ein Blanas. Das ist auch wieder eine Pflanze, ne? Rude wird wieder größer. Genau. Sehr gut. Der Kerr. Kapau. Und ein Schlitzer. Schlitz. Und tot. Und ein Schlitz. Ich wollte noch das Pokémon wechseln. Ah, eine Sekunde. Was hat denn XP meiner Pokémon? Am ehesten Pixel als nächstes. So, manjo, ich würde gerne teilnehmen, aber yes, danke. Ja, 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 danke. Ich bin lebendig. 30 alte Wunden auf. Oder neue Wunden wieder auf. So alt ist es ja nicht. Okay, das fand ich sehr stark. So. 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 Guter Marschdecker! Pau Pau Pau, du hältst doch einfach nichts aus Spackel! Jemand hat total süße Katzenbilder geschickt! Willkommen Quick Chunky Hände. Yes. Ich glaub, die Normal ist auf das nicht so stark. Ich hab den Trainer gesehen, ja. Die haben echt Chonkos Hände. Die sind so Bodybuilder. Die sind immer sehr breit gebaut. Wuchtschlag? Das geht doch bestimmt wieder auf Henex. Henex ist tot. Perfekt. Dann muss Dragos ran. Ich darf gut Henex. Genau, ich darf gut Henex. Das geht doch mal. Das geht doch mal. Ich glaube, ich habe noch die anderen Headpads an. Oh ja, habe ich. Perfekt. Eine Sekunde. Ist das jetzt richtig? Nee, schon wieder falsch rum. So. Perfekt. Ich stelle mich gerne unter einen von denen. Ja, dann komm ran. Ich habe das halt immer noch eingestellt, weil wenn Hennex dabei ist, dann Waked of Image hat ja seinen Charakter und eine Flamara nebendran. Ich will, dass alle gepattet werden. Aber wir spielen ja gerade kein Pokémon Schwarz und Weiß 2. Aber das haben wir gestern gespielt. Gestern? Glaub ich. Dann haben wir vorgestern gespielt. Genau. Einfach ein Sandsturm. Frech. Dann werde ich jetzt zu Tode gebissen. Wolf und Fuchs, wer weiß, ob das gut geht. Das geht gut. Beim Popo-Klosseum fühle ich mich immer so alt. Muss ich mich dann auch alt fühlen? Muss ich mich jetzt alt fühlen? Hast du mich alt genannt? Ich finde das immerhin gerade. Ich bin nicht einspann, was ist denn? Ich bin sehr jung und knackig. Aber ich bin jung, ist Gemüse. Eindeutig. Du hast dich alt genannt, aber warum fühlst du dich denn alt? Ich spiele das doch auch gerade. Und bin ich ja auch alt. Also ich spiele das ja nicht zum ersten Mal. Ich habe das bereits als Klein-Acker gespielt. Ich bin damit auch aufgewachsen, Akira. Das heißt, ich bin auch alt. Das will ich damit sagen. Das Spiel ist einfach geil eindeutig jetzt. Auch wenn ich mehr Erinnerungen an XD habe. Ich habe mehr Erinnerungen an XD, aber ich habe das hier auch schon als Kind gespielt. Uiuiui. Pokémon XD ist mein Lieblingsteil. Von allen Pokémon-Spielen. Ja, aber du sagst, dass du alt bist, nicht ich? Also, ja. Vielleicht. Irgendwie so. Und das Mordor sollte direkt tot sein. Oder vierfach Schwäche. Ich bin ein junges Gemüse, habe ich gelernt. Ja, ich bin irgendwie, keine Ahnung, eine Karotte oder so. Bestimmt. Kultus, hier brauchen wir einen Remaster. Und einen neuen Nachfolger. Auf jeden Fall. Ach, das ist halt so traurig. Also, der GameCube hat sich halt leider nicht so gut verkauft. Und deswegen wurde das Spiel auch nicht so viel gekauft. Und vielleicht denken sie sich deswegen, das brauchen wir nicht. Mann. Ich will, dass es auf jeden Fall irgendwann kommt. Alles andere wäre traurig. Mag gar nicht mal so viel Schaden. Okay, Pixel ist tot. Werd ich jetzt schon sagen. So. 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 Ein Draschel. Das mit diesem teuren Abo auf der Tisch kann man jetzt Pokémon Stadium spielen. Ich habe leider nicht das teure Abo. So das Ding. Ja, aber es gibt auch noch... Ich weiß nicht, es gibt ja nicht so viele Pokémon-Spiele in diesem Abos. Ich weiß nicht, ob Pokémon sowas macht, also Game Freak. Ihr denkt schon, dass das noch passieren wird? Ich weiß jetzt nicht, ich bin jetzt verwirrt, aber ich weiß nicht, wie wahrscheinlich das ist. War das jetzt schon der vierte Kampf? Wann hat die noch eine Liste, wo das stand? Aber ich bin irgendwie dumm. Äh, Pyritus. Es gibt Raub, Toxin, Powerpunch, Hagelsturm. Oder? Es gibt Toxin. Haben wir schon bekommen. Powerpunch. Hagelsturm, Brüller, Durchbruch. Ach, ich glaube, wir haben gerade Brüller bekommen. Was, wir müssen nochmal. Bekommen wahrscheinlich kein Remake oder Remaster. Die Firma, die Pokémon-Produzierung und XD produziert haben, gibt es nicht mehr. Und Pokémon Company hat keine Rechte auf das Spiel, außer die Pokémon selber. Aber okay, interessant. Er ist bei Strecken. Pikachu. Äh. pikachu aber nachfolgespiel wäre möglich aber ich bezweifle dass noch so was und weil die sich mehr auf kleine kinder konzentrieren auf jugendliche und erwachsene mein lieblings pokémon ist xd pokémon xd am meisten ich merke aber auch noch pokémon musik dungeon team dunkelheit aber ich mag auch pokémon wanger macht über almir ansonsten möchte ich doch pokémon oras sehr gerne mein lieblings pokémon pokémon latias latias ist mein lieblings pokémon pokémon guten abend alle samuel willkommen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Ich glaube, ich werde sonst, glaube ich, das Klickmesse von Samuel Quad auf... Was? Habe ich irgendwas verpasst? Sehr gut, dass es einmal gut geht Ich mag vor allem Latias wegen dem Film Okay, das ist schon nice Brutali Da wollte es mir wehtun, da wollte ich bestimmt, was steckt Fox? Ja, Mael Hör auf, hör auf... Hör auf, Akira ein Stück abzuschneiden Das macht man nicht Back auf, Machedo, es ist voll cute Okay, und? Akira, du musst aber auch Angst haben Ich werfe auch schon mal von Zeit zu Zeit einen gewissen Raben gerne mal in die Pfanne Also ich bin nicht abgenackt, Leute zu essen Äh, wie es aussieht, hat das nichts gebracht Dann sagt sie mir, ich soll aufhören Ja Mehr für mich Also muss ich auf Abstand gehen? Also ich finde dich schon Du siehst schon zum Anbeißen aus Muss man schon sagen Wir können Tiny Kiri? Yes Wir teilen Akira einfach durch die Hälfte So längs oder quer? Ist jetzt so die Frage Das habe ich nicht gehört Hast du nicht? Ich kann es gerne wiederholen Ich kann es gerne wiederholen Ich kann es gerne wiederholen Wenn es drauf ankommt Hast du? Wenn man nur zu hört wegen Kolorieren ist man verwirrt Wer isst wen? Samael und ich isst Nakira Die Schutzschild Frech Na, seine Chefin kann ihn für mich bra- Achso, Lu Mhmmm Natürlich Ähm, warum Und warum muss ich an Gattekon denken Arkady die Kuh isst Ich habe da Kuh gegessen? Daran kann ich mich nicht mehr erinnern Ich kann es bitte aufhören Schutzschild zu machen Ich bringe hier neue Sachen bei Keine Sorge Du stehst schon nicht in Flammen Was? Ich habe gerade Explosionen gemacht Bei Mejira Bei seinem Zweijägen Wo Shiro von Blutsaugenbeine Oder Kuh zur Arke wurde Wo eine Kuh essen will Oh Wurde das nicht am Ende So eine Geopferte Arke Ziege Oder sowas? War das nicht irgendwie So eine Geschichte? Einmal schon Ah ja, ich hole zu einer geopferten Arke Ziege Ja, ich erinnere mich Sehr gut Arme Spackel Und mal wieder einen Wurzschlag Warum auch nicht? Ah, du hast einen Klick davon gemacht Wenn du es sagst Ich erinnere mich an diese Ziege Die ich gemalt habe Oh Hat einfach einen Abfahrer aus. Was soll das denn? Frech! Aber die geben schon echt gut XP, muss man schon sagen. Und ja. Hatte ich mal so viel Schaden. Ist kein Donnerschlag hier für mich gemobbt. Frech. So. So. Und dann gehen wir mal in die andere Arena. In Orcus. War das so? So. Und dann gehen wir mal in die andere Arena. Dann gehen wir mal in die andere Arena. Und dann gehen wir mal in den nächsten paar Jahren. So, man hat die Tür bestimmt aufgemacht. Hm. Welche Level haben die wohl? Nochmal ein bisschen stärker. Wird schon. Und gucken, ob wir da überhaupt was bekommen. Hm. Hm. Ich bin sogar Level 56. Echt? Ein AWU-SIP, natürlich. Ein Volltreffer. Braves, braves Aquis. Hm. Oh, das sollte normal effektiv sein. Als Käfer ist. Agilität. Steckert Fluchtwerk oder Initiative? Initiative natürlich. Braucht noch eine Finte rein. Auch nicht sehr effektiv. Perfekt. Super, Schall. Hat nichts gemacht. Perfekt. Perfekt. Ahem. Hm. Hm, 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 hm. Oh, ist er kenne... Oh, stimmt, ist das hier Unlicht, ne? Warum? Warum? Beteiligung, okay. Hm, hm. Das ist alles nicht so effektiv, ne? Hm, hm, hm. Was ist denn Morgengrauen? Besser als Sternschauer. Und ein Vati. Natürlich setzt es trotzdem Durchbruch ein. Perfekt. Ich hab schon gut Punkte gesammelt. Ich muss auch mal ausgeben. Aber da geht noch mehr. Ich brauche leider gar nicht mal so viel. Wie nimmt man das? Ich hab 33k. Soll ich meine Sachen teurer machen? Wollt ihr damit sagen, ich soll meine Sachen teurer machen? Und 3... Jetzt chill doch mal. Danke für deine 10 Beats, Tragos! Danke! Nee, überlege wegen Picasso, aber keine Ahnung was. Jetzt hab ich 33,3. Sag mal ehrlich, ich muss dich leider enttäuschen. Picasso hab ich momentan ausgestellt. Weil ich nicht dazu komme, Picasso zu machen. Hab ich's erstmal ausgemacht. Ich muss noch mal das Bild fertig machen. Ich muss noch 2 Bilder für... Ich muss noch 2 Bilder für Mana und 2 Bilder für Drachi machen. Auf jeden Fall. Wenn ich das richtig in Erinnerung hab. Jetzt bin ich sehr... Nein! Sag mal, nicht enttäuscht sein! Bitte nicht! Das schwöre ich für mehr Picassos! Hilfe! Momentan komm ich einfach nicht dazu, so aus Dingen. Du hast hier Salami enttäuscht! Sala... Ich seh hier keine Salsi, was ist los? Oh, das ist gut, Cutie! Oh, wow! Ich werde immer stärker, heilige Scheiße! Ich bin nur Komfu-Strahl. Ich bin nur, in Anführungszeichen. Och ne, nicht Anziehung! Macht doch nicht sowas! Sag, du erinnerst, wenn du dich glücklich fühlst, wenn du dich glücklich fühlst. Ich erinnerst, wenn du dich glücklich fühlst. Ich erinnerst, wenn du dich glücklich fühlst. Ich erinnerst, wenn du dich glücklich fühlst. Nein, Dragos! Ich dachte mir schon, hier stimmt was nicht. Ich hab mich auch schon gefragt, wo dein Gründerabzeichen hin ist. Vielleicht hat das vielleicht nur ein Anzeigefehler. Hier machst du Pop und kämpfe ich nochmal. Ich werde darauf achten sollen. Wir sind geschenkt. Ich erinnerst, wie dein Gründerabzeichen. Ich werde darauf achten, wenn du dich glücklich bist. Wir werden mit dich glücklich fühlen. Ich werde darauf achten, dass du dich glücklich fühlst, weil dein Gründerabzeichen. Auch Monschein. Ich weiß nicht. Ich muss erst mal weg. Wir haben ja einen Attacken-Erinnerer, einen Vergesser haben wir nur, ne? Wir haben keinen Erinnerer. Ups. Okay, zu spät. Ich weiß ja, es gibt wirklich keinen Erinnerer. So einen Vergesser. Wo ist der Nex? Brav. Ich bin nicht mal so stark. Perfekt. Los, Herr Nex! Perfekt. Okay. 'll discuss. I? 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 ich glaube wir werden heute nur leveln und nächstes mal machen wir einen final fight ja das ist ein verstecker überlegt was überlegst du ein verstecker ist glaube ich käfer sind beide käfer oder verstecker ist so stein oder ich habe immer noch käferstahl danke sehr wohl Das ist ja gar nicht effektiv, heilige Scheiße. Ich blätter kein Feuer aus dem Ding. Das wird ein bisschen länger dauern. Ich merke das jetzt schon. Ich bin ein bisschen mehr. Ich weiß, was Ariadus aus dem Weg schaffen. Jetzt hat er auch Abu'i gehmotzt! Awoo! 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 Vielleicht beschützt ja das jungen Gemüse den altbacken Fuchs vor Samer. Ich bin leider gar nicht mal so jung. Ich bin jünger als Samer, eh? Das ist wirklich schon mal ein Anfang. Mäheh! Perfekt, Frau Stelka. Nerve uns einfach nicht und tu dir einfach selbst. Okay? Danke. Du bist jung und knallig. Ich schätze auch selber, Alter. Aber psst, sonst heißt es, dass ich dich alt nenne. Ich bekomme schon weiße Haare. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Guten Morgen! Hat wer einen neuen Rücken für mich? Hallo, Catboy! Also einen neuen Rücken habe ich leider nicht. Ich habe ein bisschen kalten Tee. Ich war nur mal am überlegen, wie die Haare weiß zu färben. So alt bin ich... Auch nicht. Nur sie haben zwar nicht mal ein Avatar 2415. Vieles Alter auf jeden Fall. Äh... Aber ich zupfe in die weißen Haare immer brav wieder raus. Ich glaube, ich bin auch jünger als Samael. Also mein Charakter ist 1724. Wenn man es ganz genau nimmt. Du glaubst oder du weißt? Ich glaube, Wissen ist davon noch weit entfernt. Angeberei. Was ist das mit dem Verwehren, ne? Auch nee. Erdbeben? Muss das wirklich sein? Ich meine, danke, dass du Quacksaw getötet hast. I guess. Wie es mir aktuell geht... Mir geht es ganz gut. Los, Tragos! Nö, es füttert sich selbst. Komm schräg zurück. Ach nee, noch mal Erdbeben. Weil es so schön ist. Okay, wir... Am... Sparkäfer war, glaube ich, nicht die richtige Wahl. Das Schiff doch direkt, wenn es Erdbeben macht. Und wie geht das Spackel? Spackel, wie geht's dir? Erdbeben, hat er gesagt. Das heißt sehr gut. Genau, Samael. Komme ich dafür zur TM? Ich will ja mal hoffen. Das war eigentlich für eine TM. Fratschbombe. Ich will ja mal hoffen. Schiff. Tschüss. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung. BR 2018 I'm the number one. 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 Das zieht sich mehr als man denkt. Wir sind schon zwei Stunden dabei. Und da haben noch nicht alle reden geschafft. Slimehound-Mashock. Ö-M-G-A-K-Girl. Du konntest das nur vergessen. Lol. Wir sind doch Nudelauflauf-Buddies. Ich bin gekocht. Was? Was ist denn jetzt passiert? Hast du Nudelauflauf gegessen? Ich hab heute leider doch keinen Nudelauflauf gemacht. Was? Au! Du Bratähnchen. Es gibt da so'n Chicken Place, den ich heute gesehen hab, wo ich echt unbedingt mal essen will. Jetzt bin ich enttäuscht, aber ja. War in der Wanne. Schön mariniert. Also bist du nur so durchgekauft wie ne Nudel. Wegen der Wanne. Also ich hatte TEDx nur erzählt, dass ich Sachen gekauft hab für Nudelauflauf, aber nicht weil ich den mache. Ich mach den auf jeden Fall wahrscheinlich am Wochenende. Du hast ihn gebetet. Ich übe noch. Ja, hab ich vielleicht. Bin wieder da. Willkommen zurück, Nuke. Was, wann ich mich auch frage? Henix war heute noch gar nicht da. Ich glaub, der ist tot. Ich geh immer wieder beleben. Das wär sehr nett. Henix mag ich vor allem lebend sehr gerne. Entschuldigung, ich habe Henix gelöscht. Kaurion! Sowas können sie doch nicht machen! Kaurion, sowas tötet Flamaras! Henix ist mehr als lieb. Ich musste niesen, da gingen die Aquaknare los. Oh nein, Kaurion! Henix, wir werden dich immer in unserem Herzen behalten. Boah! Das Wasser hat alle Heißluft in meinem Körper steigen lassen. Für mich gerade wie Patrick. Hey Next, wir werden dich immer in unserem Herzen behalten. Außer es gibt Knödel, da brauche ich jeden Platz in mir, der geht. Jetzt ist die Frage, Kartoffeln oder Semmelknödel? Warum kann das Pixel Egel-Samen und meins nicht? Semmelknödel? Okay. Ich mag Semmel lieber. Ich glaube, ich mag eigentlich mag ich beides. Dick und fett, selbstgemacht und groß wie ein Kopf. Perfekt. Ich habe irgendwie Lust auf Salat. Ich glaube, ich seh heute Abend Salat. Ich habe aber auch Bock auf Chicken. Ich habe auch Bock auf Pizza. Ich habe irgendwie auf alles Bock. Ich wollte sagen, sag jetzt nichts Falsches, Kartoffelacke. Ich mag beides. Essen ist halt schon geil, ja. Essen suche ich auch beides, aber Sammel sind... Sammel, sag ich schon. Sammel sind da mein Favorit. Ich bin auch so eine Semmel. Ich esse mich selber. Einmal nass gemacht und das Fahrer ist weg. Nice. Ja. Oh nein. Nix. Muss ich ihn das schicken. Ganz klar, Kartoffelknödel, Sammelknödel, Sammelknödel. Da bin ich... Okay, den würde ich mich anschließen. Einfach Frustration. Was soll das denn? Was soll das denn? Was soll das denn? Ich weiß, ich finde da mal einen Lerk. Ich passe im Lerk Akira. Au revoir. Ah. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020